Ja komm ist doch Wayne, lass uns das jetzt hochjagen. Okay, hab's nicht gefunden. Wegen einem gewissen Klassenkameraden, der leider von der Schule verwiesen wurde und einen neuen YouTube-Kanal hat. Marcel müsste wissen, wer gemeint ist. Ja genau. Ah, what? Ich find bloß den Kanal nicht. Ich glaub Marc hat's mir erzählt und der weiß es irgendwie vom Jonas oder so. Weißt du von dir? Thomas komm mal. Nein, vom anderen. Ja, 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 weiß ich schon. Ja. Thomas. Was? Was? Hier komm. Okay, jetzt habe ich ein Stack und 14 Holz. Geh runter. Oder zünde du. Oder ich zünde. Sag ich zünde? Sag ich zünde? Sag ich zünde? Sag ich zünde? Bist du blöd? Okay. Sag ich zünden? Ich will zünden. Okay. Drei. Zwei. 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 Warte, 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 warte. Ich will nochmal gucken. Warte, warte, ich bin gleich da, ich bin gleich da, ich bin gleich offen. Okay, mach. Okay. Okay. Du schaust. Alter, wie viel da hoch geht? Nein, nein. Ich ziehe von hier unten gar nicht so viel aus. Aua, nicht. Nicht hauen. Komm, da ist TNT. ich hab kein tnt mehr ja aber ich im klick da und das verpackt und verpackt und mal ist es weg du leuchst das tnt verpacken kann das heute ist mal lieber einen gewissen simulator spielen meine wir den gleichen ich denke mal ja es gibt nur einen simulator der so verpackt simulatoren an sich sind zwar ziemlich verpackt habe ich glaube das ist der könig oft verpacken landwirtschafts simulator ich meine natürlichen agrar simulator 2012 ok er ist so verpackt hast du es da sogar obwohl es da keine taste zum sprengen gibt kannst du dann springen was ja du kannst da autos einfach mal so weg schieben oder die explodieren einfach so und fetzen voll weg der haut einfach mal so ein auto weg ihr habt kein tnt mehr also da nicht sind mach einfach machen wirklich ja da auch ein gott das tut doch ich glaube 4 nein der stadt steht noch es hilft und darum haben können ich sehe dich da oben rumhampeln ich oder ein tommy je nachdem ganz oben okay thomas ich bin ich kann da gerade ein pfeil ich habe gar keinen bogen falls du mich mal ich habe gar keinen bogen auf mich abzuschießen betrifft zwar kein bisschen aber ich weiß auch nicht wo ich hinschieße ich bin ja vollkommen blind okay haben wir noch tnt wahrscheinlich nicht thomas was wir haben kein tnt ich kann nein können wie viel gab wir haben gar kein doch wir haben 32 gamp oder aber das lohnt sich nicht wirklich für irgendwas ich habe auch noch eins ja super der beste würde ich sagen ja irgendwie ein also ich jetzt mal schnell die der mann spitzhacki verzaubern wo 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 da warte noch mal was ich drauf Ich war noch nicht mal da. Uh, ich hab zwei Siamman-Spitzacken. Oh, schade. Ähm, Effizienz 3. Hört, hört. Das ist nur Effizienz 3. Ja. Ich glaube 30. Ja. Soll ich noch eine verzaubern? Oder Thomas, du hast doch Haltbarkeit, oder? Nein, ich hab ne Eisenspitzacken mit ein Level verzaubert. Alter. Jonas, soll ich noch ne Spitzacken machen und die nochmal verzaubern? Ich hab nämlich noch 740 Level. Ja. Juhu. Oh, ausgewachsenes Hühnchen. Wobei ich glaub, das ist... Effizienz 4, Silk Touch 1. Ja, Silk Touch, Silk Touch, kann ich die haben? Warum? Bitte. Warum? Du schuldig, bitte. Du hast eine Ausrüstung von mir. Ja, die farm ich dir. Wenn ich die habe, wenn ich die habe, dann farm ich dir. Dann farm ich dir, Junge. Und alle Verzauberungen. Ja, stimmt. Du schaust, bitte. Ja, äh, 120, 150, 180 Level. Oder, Jonas, du hattest doch alles verzaubert. Aha. 180 Level, mir ist sicher. Aber du hast schon ne Spitzhacke, Thomas. Der Jonas bekommt noch eine. Ich hab keine Spitzhacke aus dir. Ich hab ja nur Spitzhacke gesagt. Jetzt komm, bitte. Welche willst du? Jonas, bleib hier. Ja. Wieso gehen die Dinge nicht? Oh, ich wollte schon sagen. Effizienz 3 oder Effizienz 4 und Silk Touch 1. Silk Touch. Silk Touch, ja toll. Weil ich genau weiß, dass ich der Tommy haben will. Stimmt, ich wollte das Dach weiterbauen. Wolltest du, ja. Oder erstmal ein Übergang, so im dritten Stock. Renns Dach. Dazu brauche ich Holz. Ich hab Holz, was du brauchst. Was du brauchst, Junge. Ja, gib mal ein bisschen. Ah. Oh, dankeschön. Wünschön. Nein. Man kriegt ja gar kein Dämmel. Ja, Jonas, wenn du die Spitzhacke herst, dann kannst du ja deinen Klotz da selber abbauen. So sollte die gute Silk Touch damit verbrauchen, ey. Ich muss schon sagen, Thomas, die Spitzhacke schaut echt verzaubert aus. So, so weiß. Wir haben die schick kaputt gegangen. Was, mit Haltbarkeit 3 oder was du hattest? Haltbarkeit 1. Oh, okay. Ja, Thomas, ich muss du wissen, ob du eine effizientere Monster-Fam haben wirst. Ja. Also... Also, dann beteilige dich doch mal. Wenn ich die haben darf, dann... Jetzt kapierst du doch mal, der Silk Touch braucht, der bringt dich das nicht wirklich, das Kabel abzubauen. Ja, mach hier auch nicht damit. Ich will die bloß haben. Und dann boi... Ich glaube, sie sind Lava zu schmeißen. Dann boi's ab. Nein, Tommy. Okay. Ja, ich brauch vielleicht auch noch eine Spitzhacke. Ja, okay. Ja, genau die, wo ich will. Aber die Hannity hat schon wieder geklärt, ich vergesse es immer. Wenn Divo besser ist, welches wohl besser? Da ich ja schon eine habe. Ja, du hast ja schon eine. Sei doch zufrieden, dass du überhaupt eine bekommen hast. Ohaha. Okay, es wird uns wieder. Ja, ich sollte mir schnell das Licht anmachen. Aber im Dunkeln spielen ist viel besser. Äh, da. So. Ich brauch Steinstufen. Nein. So. Nein. Ja. 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 Und ich hab die Moschefalle auch so gemacht, dass man da keine Sticky Pistons für braucht, weil wir ja nicht so viele haben. okay ich glaube ich muss doch doch den timber mod installieren ich werde nämlich ziemlich viel holz brauchen ich habe noch einen halben stack aber da brauche ich selber was für den weg habt ihr vorhin schon halben gegeben und das war ja ich hatte nein also genau die hälfte von dem was ich hatte was 32 ist die hälfte von 64 habe ich nicht behauptet doch du hast gesagt einsteck 1664 beweise das in einer komplizierten gleichung okay also also 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 x ist gleich 64 was ist das auf jeden fall nicht 64 ja eben es wäre viel zu einfach ach so x ist gleich mc quadrat nee nein okay das ging aber wir brauchen eine zweite essenskiste wir brauchen eine timber mod das auch na wo ist da das tag ich mal gucken wie die lampen ausgehen epic aus wenn die alle zeitgleich ausgehen wird noch nicht tag erst mal wieder ausmischteilen muss man wieder ausmischen mein inventar ist voll als vor naja naja ja ne 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 ich wollte doch was haben ja ja verdammt also jonas ich gehe jetzt deine richtung fahren und so deine sachen und dann kann ich dir mit den leveln wo hat mich das gerade eben geschockt was dann die fackel abgebaut habe mit den slabs da da ging es gerade eben plötzlich zweimal runter und das hat mich geschockt schock fürs leben das verschwärts gestorben ja hat man ein herz verstandes plantieren müssen ja der doktor kriegt das nie zu erfassen weiß der den ihren unter ja n ja okay ich glaube die zusch